Yo, mein Lieben, zu Schombau und damit, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal, Leute. Und der liebe Nebelnick hat ja vor... Gestern hat er das genau... Gestern einen Aufruf gestartet, dass wir ihm doch wundervolle Screenscreen-Effekte oder sonstige schicken sollen. Denn er hat ja ein Video hochgeladen, wo er richtig viele Greenscreens-Emotes praktisch von ihm gemacht hat. Und da dachte ich mir, Alter, dann lasse ich mir das nicht nehmen. Denn wer einen sehr guten Greenscreen-Effekt mit seiner Fresse drin macht, der kriegt einen wundervollen Mamba-Shoutout. Und Leute, ich hoffe, es ist der ein oder andere Lache dabei und dann würde ich einfach mal sagen... Roll it! Ja! Ich hab ihn endlich gehackt! Na, dann wollen wir doch mal sehen, wer ApoRed in Wirklichkeit ist. Ich komm von der Arbeit nach Hause und sehe das. Ah! Jo, Leute, willkommen zu meiner lange ersehnten Roomtour. Ist euer Ernst? Ich bin enttäuscht. Magische Kugeln mit einem Schritt! Teil uns die Wahrheit mit! Du hast einen kleinen Banis. Oh, oh! Sie hat recht! Hallo, ich möchte euch heute eine Geschichte über mich erzählen. Das war ich vor meiner Operation. Und so sehe ich jetzt aus. Gold, all in my chain. Gold, all in my rain. Gold, all in my watch. Don't believe in DIY. Oh! Oh my God! Einsό, einsä! 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 Nein! Kas liaison! Oh